Ich möchte, dass menschenverachtende Ideologien in Bayern keine Chance mehr haben. Und deswegen ist es mir wichtig, dass staatliche Stellen konsequent gegen Rechtsextremismus vorgehen und dass wir auch bürgerschaftliches Engagement weiterhin stärken. Denn nur dort, wo die bürgerschaftlichen Kräfte zusammenstehen, haben die Feinde der Demokratie keine Chance mehr. Am 15. September mit beiden Stimmen die Grünen wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017